Und damit hallo und willkommen zur 45. Folge der Online-Geister aus unserem Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Hashtag Online-Geister. Und jetzt bringen wir euch Hashtag erstmal auf den neuesten Stand. Online-Geister, Hausmeistereien. Letztes Mal ging es um künstliche Intelligenz, um KI. Alle Informationen findet ihr wie immer online-geister.com und dann Folge 044. Und auf unsere Kapierskala von 0 Laien geeignet bis 10 05-Fachregioten. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben nur so eine Oberfläche gekratzt, was das Thema angeht. Wir haben gut unterschieden zwischen, wie heißt es, komplexe und harte, nee, harte und weiche KI. Starke und schwache KI oder virtuelle und eine echte künstliche Intelligenz. Der Unterschied war für mich neu, aber wir haben noch sehr viel unklar, was KI generell angeht. Ja, ich glaube, ich würde es auch für mich irgendwo bei 0 bis 1 wirklich einordnen. Das heißt jetzt nicht, dass die Folge schlecht war, aber ich glaube, sie ist halt wirklich für Leute, die halt so gar keine Ahnung von der Thematik haben, die wirklich erstmal einen Überblick bekommen. Also da wird die Intelligenz genutzt, das kann sie aktuell machen, ein leichter Ausblick und man kann da viel tiefer gehen. Und da vielleicht gleich noch zwei Link-Tipps. Ich habe nämlich noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Quasi in Folge unserer letzten Episode hat jetzt das Bundesministerium für Bildung und Forschung, zwar schon im letzten Jahr beschlossen, Deutschland, Frankreich, es gibt eine deutsch-französische Kooperation für KI mit einer gemeinsamen KI-Roadmap, Ausbau von Kompetenzzentren und so weiter. Aber das wird halt auch jetzt in diesem Jahr erst so richtig, richtig angegangen. Plus, das ist jetzt gerade ganz aktuell, die Europäische Union hat genauer gesagt gestern zum Aufnahmezeitpunkt, hat die EU-Kommission die europäische Daten- und KI-Strategie vorgestellt. Also auch die EU beschäftigt sich jetzt zentral mit dem Thema KI. Und das vielleicht nur gleich als Hinderst, das wird auch bei uns beim Barcamp unter anderem ein zentrales Thema sein. Und da muss ich noch eine leichte Korrektur setzen. Letztes Mal habe ich ja ein anderes Datum im September genannt, hat sich leider aus verschiedenen, aber guten Gründen nochmal geändert. Also es wird nur besser für euch, ganz ehrlich. Aber haltet euch aktuell Freitag, den 4.9. mal frei. 4. September. Wurde vorverlegt. Ja, wurde sogar vorverlegt. Wir können aber nicht warten. Schaut mal unter der-seminar.de-barcamp, da haben wir alle aktuellen Infos. Und sobald es auch Tickets zu kaufen gibt für das Ganze, informieren wir euch. Plus, ganz wichtiger Hinweis, mindestens ein Drittel der Einnahmen wird für einen wohltätigen Zweck gespendet. Also insofern, ihr könnt euch auch dafür gerne engagieren. Wir sind in einigen Gesprächen, also insofern, liebe Leute da draußen, wenn ihr für eine wohltätige Organisation arbeitet, meldet euch gerne bei uns. Insofern, wir sind für alles offen. Stellt euch gerne vor, wenn uns das Thema überzeugt, dann unterstützen wir euch da sehr, sehr gerne. Ansonsten, wir machen das ja auch planmäßig dann jedes Jahr. Aber genug der Eigenwerbung, weiter ins Thema. Wir haben ja einige Hausmeistereien abzuklappern. Passend zum Thema, ich habe mich schon überrascht, als ich nach der Aufnahme ein neues YouTube-Video in meinem Subscription-Feed gesehen habe. vom YouTuber Oliver Forren, der ist Brite und betreibt den Kanal Philosophy Tube, weil er Philosophie studiert hat und das der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte, diese ganzen hohen Laber-Themen. Der hat ein Video gemacht mit dem Namen Data, also Daten. Und generell behandelt er, wo, wie Daten gesammelt werden, wofür die benutzt werden, warum es für den Einzelnen schlecht sein könnte. Und darum geht es auch um künstliche Intelligenz, die er mit Algorithmen diese Daten sammelt, verwertet und weiterleitet. Ich habe mal ein paar Teile zumindest gesehen, du hast das Video ja komplett geschaut, aber es sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Also wenn ich mal eine ruhige Minute habe. Auch sehr, sehr ansprechend, unterhaltsam aufgemacht. Mit schönem Für und Wider und nicht nur so Predigen. Zweite Meldung, passt auch gleich dazu. Ansprechend, unterhaltsam beschäftigen sich auch die Finnen, ganz konkret mit Fake News. Genauer gesagt, die finnischen Kinder in der Schule lernen über Hoaxes, Fakes, Desinformationen, Fake News, Hashtag. Ja, insgesamt Fake News, das Internet kennen. Und das soll sogar so erfolgreich sein, dass andere Länder nun VertreterInnen schicken, um von den Finnen zu lernen. So berichtet zumindest CNN. Link gibt es in den Shownotes für weitere Details. Hashtag Cool Finns. Hashtag Social Media. Dritte Meldung. Wir wollen einfach mal die fünf heißesten Konkurrenten im Social Media Bereich, oder wie wir es jetzt intern genannt hatten, die Five New Social Media Kids on the Block mit Vorständen. Also einfach, wer sind so die großen Konkurrenten zu Instagram, Snapchat, etc., was halt eben gerade so an neuen Plattformen hochkommt. Und da auch, wir hatten in unserer Dezember-Folge ja, uns mit Social Media in Deutschland 2020 auseinandergesetzt, trifft ja durchaus auch meine Prognose, die wir am Ende der Folge gemacht haben, dass es halt eine stärkere Zersplitterung gibt, halt eben entsprechende Nischenbereiche. Es gibt nicht mehr das Social Media, sondern es gibt halt eben soziale Medien für bestimmte Anlässe. Und da unter anderem, wir machen mal die fünf auf. Das erste wäre Byte, so eine Art Wine 2.0. Ja, so halt direkt die Konkurrenz zu TikTok, nehme ich an. Das ist ja in eine ähnliche Richtung. Beziehungsweise so halt wirklich eigentlich schon Nachfolge zu Wine werden. Wer es nicht mehr kennt, sechssekündiges Video, Videos hochgeladen, schnell weiß, um kleine Gags zu machen, Cläsidien zusammenzuschneiden, aber halt auf sechs Sekunden begrenzt. Und wurde Mitte der 2010 von Twitter aufgekauft und dann irgendwann später dicht gemacht. Schade. So, insofern, das gibt es nicht mehr. Aber Byte soll halt so eine inoffizielle Nachfolge werden. Also so eine Short-Video-App. Die behalten auch die sechs Sekunden bei. Ja, soweit ich weiß, ebenfalls. Zweites wäre dann Telonym. Noch nicht, also noch nicht so jung. Es ist schon ein bisschen älter. Also da wurde auch schon 2017, 2018 drüber gesprochen. Ist halt einfach ein Messenger, der halt eben anonyme Kommunikation vor allem auch für Kinder und Jugendliche geeignet erstellen soll. Insofern, da ist jetzt nicht so viel zu zu sagen. Es ist halt eben einfach mehr oder weniger klassischer Messenger, nur halt eben mit mehr Datenschutz. Ja, nicht verkehrt, nicht verkehrt. Ja, generell eine ganz schöne Sache. Bei Telonym sollen übrigens auch anonyme Fragen gestellt werden können. Also so ein bisschen auch wie Gute-Frage-Net beispielsweise. Also ich dachte jetzt erst an Jodel. Ja, nur auf einem anderen Level. So ein bisschen vielleicht ein Mix aus Jodel, Gute-Frage-Net und so klassische Messenger mehr oder weniger oder Forum an sich. Ich habe von denen alle vorher nicht gehört, bevor du mir die von erzählt hast. Hausparty. Yeah. Da können Freunde per Live-Video und Text in Chatgruppen miteinander kommunizieren. Und es ist sehr einfach, sich mit Fremden zu verbinden, die ihr Kind nicht kennt. Das klingt schon wieder so panikmacherisch. Ja, das könnte ein Problem sein. Aber Facebook geht ja auch durchaus in eine ähnliche Richtung. Da kann man ja auch in Facebook-Gruppen. Also in Facebook-Gruppen vor allem kann man sich auch zusammen Dinge anschauen inzwischen. Da gibt es auch so eine Funktion, dass du dir... Watch together, share, watching, keine Ahnung. Und insofern dieses Hausparty geht so in eine ähnliche Richtung, aber halt eben als komplett eigene App und halt unabhängig von dem ganzen Facebook-Ballast. Viertes wäre dann Planetary Social. Nie gehört. Ist auch in Richtung Datenschutz gehend. Also der neueste Versuch, Facebook und Co. irgendwie die Stirn zu bieten. Und das Start-Up, was dahinter steht, das verspricht halt eben alles besser zu machen und halt eine offene und humane Alternative zu Facebook zu bieten. Zitat. Klingt erstmal gut. Müsste man sich mal angucken, wie sich das entwickelt. Ja, also der Jimmy Wales von Wikipedia arbeitet ja auch seit Ewigkeiten an so einer Konkurrenz zu Facebook. Aber es kennt nicht wirklich einen. Was ich kenne, ist Mastodon. So ein Twitter-Alternative, Konkurrent. Ja, und da hat ja auch irgendjemand, den kennen wir bei... Irgendwie so ein cooler Podcast, der schon mal drüber berichtet hatte. Hellsteck-Online-Geister. April 2017. Also wir haben schon mal über Mastodon gesprochen. Ist schon eine Weile da. Bietet mehr Zeichen. Ist mehr so Mikroblogging. Also wirklich Blogging als... Twitter hat ja noch weniger Zeichen. Ja, also es ist im weiten Sinne auch... Es ist im weiten Sinne auch so eine Alternative zu Twitter eigentlich. Aber... Du kannst dir eigene Server machen. Genau. Das ist dezentral. Ja, nicht alles auf einem Wust, alles in einer Zeit. Dann hast du quasi hier der Mastodon für die Online-Geister-Gruppe. Hier der Mastodon für die Band. Keine Ahnung, was es alles gibt. Genau, also so ein bisschen in Erinnerung an ein zwischen ja recht altes Meme. Da hatten wir auch vor ein paar Folgen das Thema gehabt. Memes. Ich mach mal ein eigenes Twitter mit Mac-Check und Nutten. Kannst du bei Mastodon machen. Mit Mac-Check und Nutten? Aber da ist Mastodon jetzt so irgendwie ein bisschen langsam konkurrent geworden. Weil einfach es ist eine freie Software. Das ist ja der Punkt. Ja. Du kannst dafür benutzen. Im Quickie, im Mastodon ist auch eine Band. Und wenn ich das vorher gelesen hätte, hätte ich was von Mastodon hier reingebracht. Hab ich bestimmt schon mal irgendwann einen Gag gebracht. Ansonsten kommen wir einfach geschwind mit Kopelius zum Thema der Sendung.